Musik Herzlich Willkommen auf dem Marktplatz in Haltern am See. Als Jesus damals seine Jünger aussandte, trug er ihnen auf, sich zu zweit auf den Weg zu den Menschen zu machen. So wollen wir das Seelsorgeteam der Pfarrei St. Sixtus es auffalten. Jeden Freitag in der Zeit von 11 bis 13 Uhr sind jeweils zwei Seelsorgerinnen oder Seelsorger unserer Pfarrei an dieser Stadt anzutrennen. Wir haben ganz bewusst die Marktzeit gewählt, um möglichst vielen Menschen zu begegnen. Ganz bewusst verzichten wir auch daran, mit Informationsmaterialen oder gar Werbefeier auszunehmen. Uns ist es wichtiger, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Gerne beantworten wir Ihre Fragen und freuen uns über neue Ideen und Anregen. Ich wünsche Ihnen heute einen gesegneten Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Wir sehen uns immer freitags auf dem Markt in Haltern am See. Wir sind dann sehr oft mit. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020